Die Stadt Dornbirn ist nicht nur ein Ort des Festes oder der guten Laune, sondern auch ein Ort für Mode. Und wer auf der Suche nach letzterem ist, der findet im Herzen Dornbirns Ambrose Fine Clothing, ein Modegeschäft der ganz besonderen Art, in dem Kundenkontakt, Perfektion und Erfahrung bereits seit Jahren eine wichtige Rolle spielen. Ich bin seit 30 Jahren jetzt am Markt und habe mich vor sieben Jahren entschlossen, das Geschäft auf Ambrose Fine Clothing umzunennen. Ambrose ist mein Name und habe das auf meine Person gestürzt. Wir haben ein komplett neues Umfeld mit neuen Mitarbeitern, neuen Marken und das Ganze läuft ganz gut. Ob Armani, Ralph Lauren oder Hugo Boss, bei Ambrose Fine Clothing darf man sich bei jedem Einkauf auf ein Modeabenteuer der Superlative freuen. Und wer Hilfe braucht, der wird natürlich bestens beraten, denn der Kundenkontakt steht im Team von Ambrose Meier an erster Stelle. Die persönliche Beziehung zwischen Mitarbeitern, mir und dem Kunden, wir sind mit den meisten Kunden auch per Du und so entsteht ein Vertrauensverhältnis auf Jahre hin, fast schon auf Jahrzehnte. Und das ist im heutigen Umfeld mit Online etc. die einzige Chance, sich über Wasser zu halten. Die Kunden fühlen sich hier stets sichtlich wohl und genießen dabei nicht nur einen gemütlichen Shopping-Bummeln, sondern fühlen sich bei Modeexperten einfach verstanden und gehört. Ambrose Meier, ein Name, den man kennt, respektiert und vor allem schätzt. Der Ambrose ist ein ganz strebsamer, fleißiger Modeverkäufer. Herramode, ganz fantastisch. Er hat seinen Stil und auch sie können in jeder Hinsicht. Die Ambrose hat eine besondere Marken, die jeder will. Klassisch und schön, also für jedermann das Beste. Ja, ich kenne den Ambrose schon recht lange und er hat immer wieder neue tolle Sachen, die mir persönlich gefallen und deswegen komme ich eigentlich regelmäßig daher und schaue mir das an und finde auch meistens irgendetwas, was für mich passt. Und die Frau genau gleich, die steht auch wieder am Schauen und findet sicher wieder etwas. Ja, das gemütliche, mit viel Liebe zum Detail dekorierte Geschäft versprüht eine große Packung Charme und erhöht die Entdeckungslust auf internationale Modetrends für elegante Damen und Herren. Ambrose Meier und sein Team bleiben dran und werden auch weiterhin für die Welt der Mode alles geben. Denn wie heißt es so schön, der beste Weg, die Zukunft zu gestalten, ist sie selbst mitzukreieren. Birgit记. Ich lebe die Weg, die zur equality vor Kurt Gebär MORgebius moves, in die Zukunft ist nicht wahr. Beleincijagt. Vielen Dank.